Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer kurzen Einführung zu Elektra am Staatstheater Karlsruhe. Mein Name ist Deborah Mayer, ich bin Operndramaturgin, habe die Produktion dramaturgisch begleitet und freue mich, Ihnen einen kleinen Einblick in Werk und Inszenierung zu geben. Wir setzen mit Elektra eine altbewährte und erfolgreiche Reihe fort, die der internationalen Co-Produktionen. Neben der San Francisco Opera und dem Nationaltheater Prag ist das Karlsruher Staatstheater dritter Co-Produktionspartner. Das bedeutet, dass die Inszenierung nach Premieren in San Francisco und Prag jetzt erstmals in Karlsruhe zu sehen ist. Also gleiche Inszenierung, aber neue Sänger. Wir führen aber nicht nur eine Reihe fort, wir eröffnen auch eine neue. Die Oper ist der Auftakt für eine ganze Strauß-Reihe. In Zukunft sollen weitere Werke des Komponisten in Karlsruhe auf dem Spielplan stehen. Elektra hatte übrigens gerade Geburtstag. Am 25. Januar 2019 ist sie 110 Jahre alt geworden. Fast pünktlich zu diesem Termin, einen Tag später, hatte sie in Karlsruhe Premiere. Es handelt sich um die erste Zusammenarbeit zwischen Richard Strauß und seinem späteren Haus- und Hoflibrettisten Hugo von Hofmannsthal. Und eigentlich ist es fast Zufall, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Strauß war nämlich auf der Suche nach einem komischen Stoff für eine neue Oper und die Geschichte der Elektra war ihm viel zu ähnlich zu seinem letzten Erfolgsprojekt Salomé. Dann sah er jedoch die Uraufführung von Hofmannsthals Schauspiel Elektra in Berlin mit Gertrud Eisold in der Hauptrolle. Als die Schauspielerin den Text zum ersten Mal gelesen hatte, schrieb sie Hofmannsthal, sein Stück sei wie ein Sturm über sie hinweggefegt. Vielleicht ging es Strauß ja ähnlich. Jedenfalls begannen die beiden Herren mit der Arbeit. Sie nannten ihr Werk nicht etwa, wie sonst üblich, eine Oper, sondern eine Tragödie und fügten den Zusatz frei nach Sophocles hinzu. Das kleine Wort frei ist in diesem Fall entscheidend, denn Hofmannsthal und Strauß übertrugen den antiken Stoff auf die Moderne des anfänglichen 20. Jahrhunderts. Der Ausgangspunkt war dabei die griechische Mythologie. Genauer gesagt, der Fluch der Arthriden. Der Fluch der Arthriden oder auch Tantaliden begann mit Tantalos, der die Götter auf die Probe stellen wollte. Er tötete seinen Sohn und setzte ihn den Göttern zur Speise vor. Diese bemerkten den Betrug und belegten Tantalos und alle weiteren Generationen nach ihm mit einem Fluch, der Tod und Verderben über die Familien bringen sollte. Die Prophezeiung reicht bis in die Familie Elektras, ihrem Vater Agamemnon und ihrer Mutter Clytemnestra. Und diese Familie hat es in sich. Um Glück für den Trojanischen Krieg zu erlangen, opferte Agamemnon seine älteste Tochter Ephigenie den Göttern. Als er nach zehn Jahren mit einer neuen Frau zu seiner Familie nach Mykene zurückkehrte, ermordete ihn Clytemnestra gemeinsam mit ihrem neuen Mann Ägist. Die Handlung der Oper setzt 20 Jahre nach dem Mord an Agamemnon ein. 20 Jahre hat Elektra auf Rache gewartet. 20 Jahre hat sie auf die Rückkehr ihres Bruders Orest gewartet. Der die Rache für sie üben und die Mutter ermorden soll. Elektra ist nicht nur die Titelfigur, sondern auch die Hauptfigur und vielleicht sogar so etwas wie die einzige Figur. Unser Generalmusikdirektor Justin Brown nennt die Oper liebevoll Elektra and Friends, weil es sich eigentlich um einen großen Monolog Elektras handelt, die übrigens die gesamte Dauer der Oper von einer Stunde 45 auf der Bühne ist und alle anderen Charaktere nur als Nebenfiguren auftreten. Das Geschehen konzentriert sich immer auf Elektra oder anders gesagt, sie dreht sich um sich selbst. Wichtig ist dabei aber vor allem, dass Hofmannsthal und Strauß uns Elektras Blick auf die Verhältnisse zeigen. Wir als Zuschauer erleben die Geschichte durch ihre Augen und nehmen daher Figuren und Zusammenhänge aus ihrer Perspektive gefärbt und gefiltert wahr. Dieser psychologischen Setzung folgt die Inszenierung von Keith Warner, den sie aus Karlsruher Inszenierungen wie Parsifal oder Warnfried kennen. Er folgt der Psychologie, die Hofmannsthal und Strauß vorgeben. Zur Zeit der Entstehung, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, waren die sogenannten Studien über Hysterie von Freud und Breuer bereits bekannt. Ausgangspunkt dieser Forschungen war der Fall der Patientin Anna O., die unter Symptomen wie Schizophrenie, Halluzinationen und Lähmungserscheinungen litt, deren Ursache scheinbar nicht bekannt war. Die Psychoanalyse bei Freud ergab, dass es sich um ein Trauma aus der Kindheit der Patientin handelte, das stark mit der ungesunden Beziehung zu ihrem Vater und dessen Tod verknüpft war und anschließend verdrängt wurde. Dieser Fall ist nicht nur der Prototyp der Figur Elektra, sondern auch die Basis von Keith Warners Inszenierung. Seine Elektra spielt in einem Museum von heute. Es könnte die Ausstellung im hiesigen Landesmuseum sein, die passenderweise auch noch den Titel Mykene, die sagenhafte Welt des Agamemnon trägt. Wenn sie den Zuschauerraum betreten, werden sie schon das bunte Treiben im Museum erleben. Es handelt sich um eine inszenierte Einlasssituation, eine Art szenische Overtüre. Elektra, ihre jüngere Schwester Chrysothemis und ihr Bruder Orest, sind Besucher einer antiken Ausstellung. Elektra spürt eine besondere Anziehung, die von den Exponaten ausgeht. Sie interessiert sich besonders für die Geschichte Agamemnons, eine Anwandlung, die ihre Geschwister misstrauisch beäugen. Als das Museum schließt, versteckt sich Elektra und bleibt allein zurück. Wenn Sie den Film nachts im Museum kennen, wissen Sie, was jetzt passiert. Die Ausstellung erwacht zum Leben. Der Mythos der griechischen Geschichte wird für die Besucherin zum Katalysator einer Reise zu sich selbst. Über die Archetypen der Antike beginnt sie sich an ihre eigene, teilweise verdrängte Vergangenheit und Familiengeschichte zu erinnern. Und hier vollzieht die Inszenierung einen besonderen Twist. Denn alle Szenen und Figuren sind für Elektra reine Erinnerungen, sogenannte Flashbacks, Schlüssel zu ihrem eigenen Trauma. Warner inszeniert eine Psychoanalyse Elektras, quasi Elektra auf der Couch. Wichtig ist, dass die Museumsbesucherin eine Frau ist, die zwar Elektra heißen könnte, in Wahrheit aber die eigentliche Geschichte der mythologischen Elektra benutzt, um sich ihrer Vergangenheit anzunähern. Dabei verschwimmt ihre eigene Person mit der Figur Elektras. Die Musik von Richard Strauss lebt vom eindrucksvollen Spagat zwischen psychoanalytischem Tiefgang und archaischer Opulenz. Die Orchesterbesetzung ist vergleichbar mit der von Wagners Götterdämmerung und Sie werden sehen, dass auch hier einige Instrumente, wie zum Beispiel die Hafen, aus Platzgründen in die Seitengassen auswandern mussten. Ähnlich wie Wagner arbeitete Strauss mit Motiven, die an Personen und Gegenstände gebunden sind und das Stück durchziehen. Eines davon gehört Agamemnon, Elektras Vater. Mit seinem Motiv, dem gebrochenen D-Moll-Dreiklang, beginnt die Oper. Vielleicht die kürzeste Overtüre aller Zeiten. Der tote Vater durchzieht die Oper und damit Elektras Gedanken. Sie werden auch illustrierende Motive hören, wie das fallende Beil, die Mordwaffe, die leuchtenden Fackeln, die funkelnden Edelsteine, ein Sturm, von dem Chrysothymus spricht, die bellenden Hunde und die wiehernden Pferde. Spannend wird es vor allem, wenn man sich Elektras Musik genauer anhört. Der Beginn ihres ersten Monologs allein umkreist das D-Moll-Motiv des Vaters und ist bitonal. Außerdem ist das Rache-Motiv zu hören. Tatsächlich hat Elektra gar keine eigene Musik. In ihr klingen voller Anspannung und Zerrissenheit nur zwei Dinge, der Vater und die Rache. Als Charakter oft unterschätzt wird Elektras kleine Schwester Chrysothymus. Richard Strauss hat sie als Lichtgestalt der Oper beschrieben und tatsächlich repräsentiert sie das Licht, das in Elektra erloschen ist. Sie spricht von dem Lebenswillen, den Elektra nicht mehr kennt, in Durklängen und im Dreivierteltakt. Die beiden Schwestern eint dasselbe Schicksal. Doch während Elektra sich für den Tod entschieden hat, will Chrysothymus leben. Sie ist kein naives Mädchen, sondern wahrscheinlich die gesündeste Frau der ganzen Oper. Elektras Mutter, Clytemnestra hingegen, ist ihrer Tochter Elektra sehr ähnlich. Und das verdeutlicht die Inszenierung von Keith Warner. Denn sie zeigt uns eine verletzliche Chrysothymus, eine Frau, die nicht nur Mörderin, sondern auch Opfer ist. Und weil wir das Geschehen durch Elektras Rachefilter erleben, ist ihre Mutter in der Oper eher eindimensional gekennzeichnet, als kaltblütige Mörderin. Elektra sieht ihre Mutter, wie sie sie sehen will und muss, um den Mord an ihr zu rechtfertigen. Doch in Wahrheit hatte Clytemnestra doch gute Gründe, sich nach der Opferung Ephigenius an Agamemnon zu rächen. Gleichzeitig reflektiert sie nicht nur ihre eigenen, sondern auch Elektras Gefühle, wenn sie von ihren schlaflosen Nächten und Albträumen erzählt. Diese Nähe spiegelt die Inszenierung. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Eine Erkenntnis, die Elektra niemals zugeben würde, die aber auf der Bühne sichtbar wird. Doch es hilft alles nichts, letzten Endes kehrt Orest zurück und Clytemnestra muss sterben. Wie Salome tanzt auch Elektra nach der Erfüllung ihrer Rache. Doch die Bitonalität, die Zerrissenheit in ihrer Musik, bleibt auch im Finale. Und Agamemnon, sein Motiv, schwebt weiterhin über ihr wie ein Damoklesschwert. Eigentlich ist alles wie vorher, nur dass Elektra musikalisch und inhaltlich die Rache abhandengekommen ist. Ob der C-Dur-Akkord am Ende also eine Erlösung ist, ist fraglich. Denn was bleibt übrig, wenn man das verliert, was ein Zeit seines Lebens ausgemacht hat? Es fällt mir schwer, Ihnen bei diesen Themen einen unterhaltsamen Abend zu wünschen. Deshalb wünsche ich Ihnen vor allem ein anregendes und vielleicht sogar aufwühlendes Theatererlebnis in Karlsruhe. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Gehen Sie rechtzeitig in den Saal, schauen Sie sich den inszenierten Museumsbesuch vor der Vorstellung an und lassen Sie sich wie Elektra in die Welt von Agamemnon entführen. Und dann sehen Sie sich die nächsten Mal.